Hallo zusammen, ich bin Vanny von Faye und heute zeige ich euch einen ganz einfachen selber zu Hause Pflanzen umtopfen. Alles was ihr zum Umtopfen braucht, ist eure Pflanzen, einen grösseren Innentopf, einen grösseren Aussentopf und natürlich frische Erde. Der erste Schritt ist die Pflanze vorsichtig aus dem Aussentopf zu lämpfen. Dann kannst du die Pflanze auch vorsichtig aus dem Innentopf rausnehmen. Falls sie etwas klemmt, kannst du gerne den Topf etwas knetten und drücken, damit sich alles schön ablöst und die Pflanze in einem Teil rauskommt. Falls sich die Wurzeln wie bei mir im Video um den Erdballen schlingen, kannst du den Wurzeln vorsichtig ausschneiden. Das ist wichtig, damit die Wurzeln im neuen Topf gegen aussen und nicht im Kreis wachsen. Anschliessend kannst du bis zu einem Drittel der alten Erde wegnehmen und die Wurzeln vorsichtig freilecken. In Bedarf kannst du auch noch die Wurzelspitze ein wenig anschneiden. Im grösseren Topf kannst du dann erstmal eine schöne Schicht frische Erde einfüllen. Das ist dann das Fundament für die Pflanze. Jetzt kannst du die Pflanze mittig in den neuen Topf stellen und die Ränder mit frischer Erde auffüllen. Wenn sie rundum mit Erde umgehen ist, kannst du die Erde von oben mit den Fingern gut andrücken. Beachte, dass die Erde zum Topfrand ein paar Zentimeter Platz hat. Das macht das Gäsen einfacher. Nach dem Umtopfen kannst du den Pflanzen noch einen guten Schluck Wasser geben. Jetzt kommt sie noch in einen neuen Topf und voilà, schon fertig. So einfach, gerade um Topfen Buffet.